Eine kurze Frage, Herr Korani. Kennen Sie Otto Normalo? Wollen Sie mich verarschen oder wie? Nee, nee, das ist ernst gemeint. Diese Antwort brauchen Sie mir nicht zu stellen. Die Frage. Brauchen Sie mir jetzt so eine Frage nicht zu stellen. Ist ja eine ganz einfache Frage. Kennen Sie den YouTuber Otto Normalo? Ich antworte nicht auf seine Schreckfrage, ehrlich gesagt. Och bitte. Ich habe es schon gesagt. Wenn Sie andere Fragen machen, antworte ich gerne, aber nicht so eine Schreckfrage. Ich habe es schon gesagt.